Mit der SU-57 will Russland mit den USA gleichziehen, der Abfahrnjäger MiG-41 soll alles Bestehende deklassieren. Der Jungfernflug soll schon 2025 stattfinden. Deutschland streitet über die Anschaffung bewaffneter Drohnen, da kündigt Russland den ersten Flug der MiG-41 an. An dem Abfahrnjäger-Projekt wurde seit 2013 gearbeitet. Das Design der MiG-41 wurde Ende 2019 fertiggestellt. 2020 wählte das russische Verteidigungsministerium die MiG-41 als das vielversprechendste Projekt aus. Wenn die MiG-41 die großen Erwartungen erfüllt, wäre sie der gefährlichste Jäger der Welt. Der einsitzige und einmotorige Abfahrnjäger ist so konstruiert, dass er mit menschlicher Besatzung, aber auch ohne, nur mit Kiessteuerung, einsatzfähig ist. Die Fähigkeiten der Mikoyan MiG-41 gehen über die der Su-57 hinaus. Die Su-57 ist Russlands erstes Kampfflugzeug mit Sterlteigenschaften, nach langen Verzögerungen werden nun die ersten Serienmodelle an die russische Luftwaffe übergeben, lesen Sie. Sterljet zum Schnäppchenpreis. Putin ordert 76 Kampfflugzeuge. Hier liegt Russland zwar weit hinter den USA. Doch mit einem Einsatz des deutsch-französischen Sterl-Fiekters Futuro Combat Air System dürfte man frühestens 2040 rechnen können, lesen Sie. Der europäische Sterl-Fiekter wird in Paris gezeigt, allerdings aus Pappmache. Die MiG-41 ist kein Multirole-Fiekter, sondern ein reiner Abfangjäger mit revolutionären Fähigkeiten. So soll sie bis zu 5500 km pro Stunde erreichen, das wäre Hyperschallgeschwindigkeit. Der Euro-Fiekter kommt auf etwa 2800 km pro Stunde. Die Reichweite des neuen Russenjets soll bei 1500 km liegen. Durch ihr Triebwerk kann die MiG auf bis zu 100 km aufsteigen. Der Leiter der russischen Flugzeugkorporation Ilya Tarasenko sagte, dass der Jet die Machtzahl von 4 bis 4,3 erreichen könnte, mit einem Raketenabwehrlaser ausgestattet wäre, und in der Lage wäre in sehr großen Höhen, und sogar im nahen Weltraum zu operieren. Das bedeutet, dass sein Triebwerk nicht auf Sauerstoff in der Atmosphäre angewiesen ist. Der Jäger der sechsten Generation verfügt über Tarnkappentechnologien, wie sie auch die Su-57, 5. Generation, verwendet. Angenommen wird, dass auch die Zelle auf der der Su-57 aufbaut. Die MiG soll alle modernen Raketentypen Russlands tragen können. Darunter die extrem schnelle Antischiffsrakete Zirkon, lesen sie. Putins Zirkonrakete, schneller und tödlicher als vom Westen erwartet, und die Mehrzweckrakete Kintzhal. Auch wird sie mit den derzeit stärksten Luftluftraketen der Welt ausgerüstet. Sie können Ziele mit einer Reichweite von bis zu 300 bzw. 400 km abschießen. Die MiG-41 soll selbst interkontinentale Hyperschallraketen abfangen, und Antisatellitenraketen tragen. Der erste Prototyp soll schon 2023 fertiggestellt werden, der Jungfernflug ist für das Jahr 2025 geplant. Allerdings lerken die russischen Militärs gern kühne Zeitpläne, Verzögerungen sind nicht unwahrscheinlich. Perspektivisch soll die MiG-41 die MiG-31 ersetzen.